Jo moine Leute, herzlich willkommen zur italienischen Serie A mit dem Prediction Saison 20, 22, 23, 27. Spieltag. Los geht's, alle Spieler live, auf der Zone. Happy St. Patrick's Day. Heute um 18.30 Uhr, Sassuolo Kaltshow gewinnt gegen Spezia Kaltshow 3 zu 1. Dann um 20.45 Uhr, Atalanta Bergamo schlägt FC Empoli 2 zu 0. Dann morgen um 15.00 Uhr, AC Monza gewinnt gegen US Cremonza 2 zu 1. Dann um 18.00 Uhr, US Salerniziana unterliegt FC Bologna 1 zu 2. Dann um 20.45 Uhr, Udinese Kaltshow gegen AC Mailand. Das Ganze geht 2 zu 5 aus für AC Mailand. Herzlichen Glückwunsch! Und übermorgen um 12.30 Uhr, Sampdoria Genua gewinnt gegen Hellas Perona 3 zu 1. Um 15.00 Uhr, AC Florenz gegen US Lecce 2 zu 5 für Lecce. Dann SC Turin und SSC Neapel spielen Spektakel 3 zu 3. Dann um 18.00 Uhr, das Derby, das Roma Derby. Lazio Rom gegen AS Rom. Das Ganze geht 3 zu 1 aus für Lazio Rom. Herzlichen Glückwunsch! Und um 20.45 Uhr, Inter Mailand gegen Juventus Turin. Das Ganze geht 2 zu 1 aus für Inter Mailand. Herzlichen Glückwunsch! So, das war's vom 27. Spieltag der Serie A mit dem Predictions Saison 20, 22, 23. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nimmst das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Nachrichten, kommen auf diesen Channel. Bis dann, gut kickt, ciao!